Der südkoreanische Hochspringer Usang-Hok hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Im US-Bundesstaat Oregon holte Wu mit 2,35 Meter Silber und schrieb damit die Geschichte der südkoreanischen Leichtathletik neu. Das bislang beste WM-Ergebnis eines Südkoreaners war die Bronze-Medaille, die Kim Hyun-Sob im Jahr 2011 im Gehen gewonnen hatte. Im Finale übersprang Wu jede Höhe bis 2,30 Meter im ersten Versuch. Nach jedem erfolgreichen Sprung zeigte er seinen typischen Jubel und verströmte Zuversicht. Der 26-Jährige hatte seine erste schwierige Situation bei einer Höhe von 2,33 Meter zu überwinden. Er riss diese im ersten und zweiten Versuch und war erst im letzten Versuch erfolgreich. Wu schaffte dann die 2,35 Meter im zweiten Versuch. Nach einem erfolglosen Sprung über 2,37 Meter ließ Wu die Latte auf 2,39 Meter legen. An dieser Höhe scheiterte er dann schließlich. Die Goldmedaille gewann Olympiasieger Barschim aus Katar mit übersprungenen 2,37 Meter. ằm-Grabb